So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Jetzt habe ich mir so ein Pulver reingezogen, das hilft gegen den Husten angeblich. Plötzlich merke ich auch gar keinen Hustenreiz mehr. Was ich aber merke ist, auf dem Bild fehlt was, na? Habt ihr es erraten? Guckt mal rechts in die Ecke jetzt und... Boom! Da ist das Darkrai, unser Kanal-Maskottchen. Kriegt gerade einen Eisstrahl ab von Glaziola, wahrscheinlich. Hier hinter meinem Handy-Bildschirm. Da ist noch Sparky, also Blitzer, da ist noch Felinara, da ist Eboli versteckt. Ich hätte es ja auch so machen können. Aber ich möchte, dass Felinara mit dem Eboli nicht so sehen, so vertraut. Deswegen gehe ich lieber hier hin. Ich gucke mir lieber den Rest an, vor allem wie das Aquana hier, das auf Lamara nass spritzt. Das sieht richtig toll aus. Und warum dieser Hintergrund? Ich möchte ein Level-Up machen, von 41 auf 42. Ihr habt ja auch gesagt, kannst du bitte die Level-Ups zeigen und machen? Mache ich, natürlich. Ich kann euch ja die Aufgaben auch nochmal zeigen, wie weit wir hier sind. Die Aufgaben waren nämlich, sammle 7,5 Millionen EP, entwickle Eboli in jede seiner Entwicklungen, nutze Gegenstände, um 15 Pokémon zu entwickeln und werfe drei fabelhafte Würfe. Plus, nutze 200 Bären, um Pokémon zu fangen. Jetzt habe ich das mit den Bären schon fertig. Ich muss noch ein Entwicklungs-Item nutzen. Ich hatte mir eigentlich was aufgehoben. Wenn ich mal in die Box reingehe, gebe hier Item ein. Sieht man Pokémon, die ein Entwicklungs-Item brauchen, um die zu entwickeln? Da ich ja keinen Platz habe auf dem Free-to-Play-Account, schmeiße ich gefühlt immer alles weg. Die zwei kann ich nicht wegschmeißen. Die sitzen in der Arena, das Zergarde, ja, habe ich mal aufgehoben. Ich wollte eigentlich diese Sonnenkernen mit einem Sonnenstein entwickeln im Video, damit die Aufgabe fertig ist, uns dann wegschmeißen. Jetzt habe ich aber gesehen, ich habe nur noch einen Sonnenstern und ich habe endlich die Bonbons für Waumball zusammen. Ich werde also erstmal die Aufgabe mit Waumball zu Ende machen und dafür jetzt eben auch diesen letzten einen Sonnenstein, den ich noch habe, ausgeben. Es ist wirklich eine Qual gewesen. Du hast geguckt, alles, was gerade im Event da ist, okay, konntest du fangen, konntest du dann mit einem Sonnenstein entwickeln und das war auch das Problem. Du hast nur fünf Sonnensteine gehabt, weil ich mehr nicht aufgehoben habe. Ich brauche ja Platz. Und alles, was jetzt im Event sitzt, hat aber einen Sonnenstein gebraucht, um entwickelt zu werden. Und das war genau mein Ding. Jetzt habe ich die ganze Zeit gekämpft. Kriege ich vielleicht noch einen Stein? Kriege ich noch einen Stein? Hannes hat dann mit mir noch was getauscht. Genaya hat mit mir was getauscht. Ich habe gesagt, ich habe so viele Metallmendel auch da. Da wurde mir ein Onyx mal rübergetauscht. Mir wurde ein Fleckmon rübergetauscht, weil der einen Kingstein braucht und so. Also zusammen mit allen anderen ist das kein Problem. Alleine hätte ich die Aufgabe jetzt wohl so gar nicht geschafft in dem Zeitraum. Hätte es länger gedauert. Ist ja nicht schlimm, aber so seht ihr, wenn ihr mal in der Gruppe spielt, euch trefft mit Freunden, könnt ihr immer ein bisschen duggeln. Dafür gibt es ja auch die Tauschfunktion, dass man das macht. Jetzt sollen wir noch alle Evoli-Entwicklungen machen. Ich habe mir hier genau neuen Evoli aufgehoben. Das Evoli ist das Evoli, das ist ein Shiny. Ihr seht, normalerweise ist bei dem Entwicklungsbutton auch immer ein Fragezeichen dran. Weil ihr ja nicht wüsstet, wenn ihr es jetzt einfach entwickelt, zu was es wird. Es könnte Aquader sein, Flammare, es könnte Blitzer sein. Oder je nachdem, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt habt, damit es sich in eine bestimmte Form verwandelt, seht ihr ja unten schon dann die Silhouette. Das Ganze geht auch eben mit den Namenstricks. Bei den Namenstricks seht ihr ja genau, was es dann im Endeffekt wird. Aber die Namenstricks sind ja nur einmal anwendbar. Was ist das denn? Wieso heißt das jetzt Evoli einfach nur? Habe ich einen Namen vergessen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube, ich habe einen Namen vergessen. Das ist natürlich jetzt Beinle. Da muss ich nämlich nochmal in meine Liste reingucken hier. Aber wir machen das jetzt einfach der Reihenfolge nach. Für die Leute, die die Namen nämlich nicht kennen, werden wir die Namen jetzt nochmal zeigen. Mit welchem Namen ihr gezielt welches Evoli zu was entwickeln könnt. Die gehen aber nur einmal. Hebt ihr euch also auf, wenn ihr ein bestimmtes Shiny unbedingt haben wollt. Wenn ihr nur einen Shiny Evoli habt und möchtet unbedingt zum Beispiel einen Shiny Flammare haben, nutzt dann halt das mit dem Namen. Oder wenn ihr ein hundertprozentiges Evoli habt und wisst nicht, zu was ihr es entwickeln sollt, dass ihr gezielt ein Glaziola zum Beispiel macht. Weil Glaziola finde ich mit am stärksten von den Entwicklungen. Oder Felinara finde ich auch mit am stärksten. Der Reihenfolge nach hätten wir jetzt aber zum Beispiel Sparky, was zu Blitzer wird. Ihr seht, wenn ich Sparky eingebe, ist hier kein Fragezeichen mehr dran. Wir sehen schon die Silhouette von Blitzer. Wenn man den Namen schon verwendet hat, wie kriegt man dann Blitzer? Leider nur durch Zufall. Das heißt, ihr müsst ein Evoli entwickeln und kriegt dann entweder Blitzer, Aquana oder Flammare. Bei den drei Ersten ist das so, da könnt ihr nichts anderes machen. Ihr könnt einmal den Namen verwenden. Alles andere ist dann immer random. So, Sparky ist fertig. Rainer wäre der Nächste. Rainer wird zu Aquana. Ja, kannst du auch mit dem Namenstrick, wie gesagt, einmal machen. Und wenn du den nicht mehr hast, weil du ihn schon benutzt hast, einmal, man muss es ja 20 Mal wiederholen, ist es genau eben wie Flammare und Blitzer, totaler Zufall. Dann musst du halt bei einem Event 10 Evolis fangen. Du musst alle 10 entwickeln und hast dann vielleicht Glück, dass du alle drei zusammen hast. Der dritte Pyro. Pyro ist dann Flammara. Das sehen wir auch noch. Entweder also Pyro als Name oder Flammara, eben wie Blitzer, Aquana, Random. Bei allen anderen, die es gibt, die einen Namen haben, habt ihr aber gezielt die Möglichkeit, das wirklich zu entwickeln. Gezielt. Das heißt, wenn ihr den Namen schon verwendet habt, könnt ihr trotzdem gezielt 100 Mal wiederholen. Wir machen nämlich weiter mit Sakura. Sakura, sehe ich jetzt hier, steht nicht da. Und das wäre wahrscheinlich dann das gewesen. Also geben wir jetzt mal hier Sakura ein. Sakura. So, und jetzt sehe ich hier unten einen Psyana. Wenn ihr Sakura schon benutzt habt, wie kriegt ihr nochmal einen Psyana? Ihr müsst einen Evoli als Buddy nehmen. Müsst mit dem 10 Kilometer als Buddy laufen. Es muss während der 10 Kilometer zwei Bonbons finden. Und wenn ihr zwei Bonbons gefunden habt, mindestens 10 Kilometer gelaufen seid. Dann wird sich das Fragezeichen, was am Entwicklungsbutton dran ist, umändern. Und ihr seht schon eine Psyana-Silhouette, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Zusätzlich müsst ihr es aber tagsüber entwickeln. Denn bei seinem Kollegen, beim Nachttara, ist es das Gleiche. Das ist nämlich Tamao. Nur bei dem ist es halt in der Nacht. Das heißt, ihr nehmt den Namen Tamao. Wenn ihr den noch nicht genutzt habt, dann kriegt ein Nachttara. Wenn ihr den genutzt habt, wollt ihr aber noch einen Nachttara gezielt entwickeln, müsstet ihr auch einen Evoli als Buddy nehmen. 10 Kilometer mit dem Laufen, sodass ihr zwei Bonbons findet. Dann müsste sich die Silhouette unten bilden. Ihr seht, das Fragezeichen beim Entwicklungsbutton geht weg. Es ist genau ein Tamao, ach, ein Nachttara abgebildet. Und wenn ihr es dann abends, wenn es im Spiel abends ist, entwickelt, kommt dann eben ein Nachttara raus. Tagsüber Psyana, abends, Nachttara. Ja, beides, Evoli als Buddy, zwei Bonbons, 10 Kilometer. Wenn ihr nicht wisst, ist es gerade abends oder tagsüber im Spiel, ja, dann guckt doch einfach auf den Button. Weil der Button zeigt euch ja dann, ist es jetzt noch Psyana oder ist es schon Nachttara. Das gab es früher nicht, da gab es die Silhouetten nicht. Die Silhouetten kamen dann erst dazu. Reha habe ich hier stehen als nächstes. Reha wird Glaziola. Glaziola ist hier auch ein komplett neuer Pokedex-Eintrag. Ich habe das WP-höchste Evoli, glaube ich, Reha genannt, damit es zu Glaziola wird, weil das für mich, wie gesagt, das stärkste ist. Als Eisangreifer sieht auch sehr elegant aus. Entwickelt ihr also mit dem Namen Reha. Oder, wenn ihr schon einmal entwickelt habt und noch ein zweites wollt, an einem Gletschermodul. Wenn irgendwo an einem Pokedex-Stop ein Gletschermodul gezündet ist, ihr lauft da hin und nehmt ein Evoli aus eurer Box, dann ist am Entwicklungsbutton schon die Silhouette von Glaziola zu sehen, weil am Gletschermodul jedes entwickelte Evoli ein Glaziola wird. Kannst du also gezielt machen. Gleiches gilt mit Linea. Linea wird zu Vollie-Purba. Also entweder nennet ihr es Linea oder wenn ihr noch ein zweites braucht, nutzt ein Moos-Modul. Wenn ein Moos-Modul an einem Stop gezündet ist und ihr steht an diesem Modul dran, wird die Silhouette von Vollie-Purba erscheinen. Und dann könnt ihr gezielt nochmal ein Vollie-Purba entwickeln. Ist für mich jetzt nicht so nützlich. Ich glaube, damit habe ich noch nie was gemacht. Finde ich das andere auf jeden Fall besser. Eins ist noch übrig, was hier auch ein neuer Pokedex-Eintrag wird. Nämlich Kira. Kira ist ein Felinara, meiner Meinung nach auch relativ stark als Fee-Angreifer. Oft zum Einsatz gekommen. Wenn ihr den Namen schon verwendet habt, Kira, könnt ihr das aber auch gezielt entwickeln. Auch wieder über die Buddy-Funktion. Ihr nehmt einen Evoli als Buddy und müsst mit dem insgesamt aber 70 Herzen verdienen. Jetzt denkt ihr, hä, kommt das nicht sich ins Gehege? Wenn ich ja Psyana, Nachtara auch als Buddy dann entwickelt habe. Woher weiß es denn dann, ob es das wird oder das? Da stehen dann einfach mehrere Entwicklungssilhouetten untereinander und ihr könnt aussuchen. Also wenn ihr nämlich einen Evoli als Buddy habt und lauft 500 Kilometer 10 Tage lang, dann habt ihr vielleicht 70 Herzen verdient, sodass ihr einen Felinara machen könnt. Ihr habt aber auch die Anforderung erfüllt, einen Nachtara oder Psyana zu machen. Weil ihr trotzdem ja, selbst wenn ihr 70 Herzen mit einem Evoli erlauft, es zu Nachtara machen könnt. Oder Psyana habt ihr dann verschiedene Entwicklungsbutton untereinander. Und ja, ich glaube, die meisten von denen werde ich wahrscheinlich rausschmeißen. Der Seeday steht nämlich auch an. Bei mir ist jetzt hier Samstag, Sondag ist Seeday. Da muss ich noch einiges wieder wegschmeißen. Jetzt sehe ich, der Beutel ist bestimmt auch gleich wieder voll. Es gibt schon wieder einen Raidpass. Oh, die muss ich auch ausgeben irgendwie. Die XL-Sonderbonbons, die knalle ich momentan alle in Igni. Boah, ist sinnlos. Aber ich mache das trotzdem, weil ich das Pokémon cool finde. So, was haben wir jetzt? Gewonnene Raids von Stufe 41 auf 42. Ein einziger Raid. 439 Pokémon gefangen. 282 Pokestops. Das ist alles. Das sind jetzt die Aufgaben. Wir können noch kurz reingucken, damit ihr das nochmal seht. Hier steht also, verdiene 100.000 Staub. Setze 200 sehr effektive Lada-Attacken ein. Fange 5 legendäre oder mysteriöse Pokémon. Ihr könnt in der Meltdown-Box zünden, dann ist das direkt fertig. Aber 5 Tage, 5 Raids brauche ich sowieso, um die anderen Aufgaben fertig zu machen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber morgen ist ja Sea-Day. Da ist das mit dem Staub vielleicht auch ganz cool. Ansonsten, ja, Raid-Kämpfe, PvP, GBL, Arena-Angreifen, alles zählt dazu bei den Aufgaben. Kleine Auffrischung also für die Namen. Die Namen von den Evoli-Entwicklungen und die Möglichkeit, wenn ihr die Namen schon benutzt habt, dass ihr die eben nochmal entwickeln könnt. Ich werde euch den Artikel auch von meinen MMO mal in der Beschreibung noch verlinken, dass ihr genau seht. Da ist alles zum Nachlesen, alles, was ich geprabbelt habe. Da wird auch nicht gehustet. Und deswegen würde ich sagen, was, das sieht jetzt von meiner Seite aus. Ah, der Beutel ist voll. Hm, verdammt, 736 von 650. Da muss ich wieder alles wegschweißen. Und hier 396 von 450. Joa. Schaffe ich also nicht, nochmal vor dem Sea-Day eine Beutelerweiterung zu holen. Muss jetzt so irgendwie da durch. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt mal rein, was ist eure Lieblings-Eboli-Entwicklung von den jetzt eben gezeigten. Und dann, schöner Sea-Day. Hey, ist ja eh schon vorbei, wenn ihr das seht. Ciao.